Die Linken sind in den letzten 200 Jahren ihren eigentlichen Kernzielen keinen Schritt näher gekommen. Du hast im Westen immer noch eine sehr kleine Oberschicht, der halt die meisten Assets gehören. Das ist jetzt auch nicht anders als im Mittelalter oder in der Antike. Ja, das ist einfach bislang immer so gewesen. Und die Linken konnten daran rein gar nichts ändern. Null. Und sie haben auch nie begriffen, woran das liegt. Das heißt, sie haben dann einfach immer wieder das Gleiche wiederholt. Und sie haben es ja ewig lange versucht, hier vor allem im Kalten Krieg auch, mit der sogenannten kritischen Theorie. Das ist so die linke Taktik. Man mault einfach gegen alles, was irgendwie normal ist oder etabliert ist. Also man mault gegen die Weißen, man mault gegen die Männer. Alles, was halt so eigentlich normal ist. Und man tut dann so, als sei das keine Diskriminierung oder es seien keine diskriminierenden Techniken. Es sei nur dann Diskriminierung, wenn es sich gegen Minderheiten richtet. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Es gibt immer genügend Leute, die merken, dass das Quatsch ist. Und es gibt immer auch Leute aus dem Establishment, also die Milliardäre oder halt andere bedeutende, einflussreiche Leute, die dann auch wieder halt Material und Propaganda halt fördern gegen diese linke Masche. Sogenannte kritische Theorie. Bei den Linken ist also das Scheitern schon mit eingebaut und die linken Bewegungen im Westen, die hätten ja auch nie irgendwas gerissen. Also sie hätten ja überhaupt null Bedeutung gehabt, wenn nicht immer wohlhabende Kreise, also vor allem auch in Amerika, da immer wieder was reingebuttert hätten, um so ein kontrolliertes Sammelbecken zu schaffen, dass man halt etwas hat, um die Arbeiter irgendwie aufzufangen, dass die sich politisch vertreten fühlen. Also in Amerika ist es ja die Democratic Party. Ja, so Sammelbecken par excellence. Und da will man halt einfach hier diese Illusion schaffen. Die Menschen können da halt irgendwie, könnten damit halt irgendwie ihren Ziel näher kommen. Also jetzt vor allem die, die weniger verdienen oder sehr wenig verdienen. Der Ostblock war dann natürlich eine komplette Horrorshow. Also richtig brutale, psychopathische Diktaturen. Da gibt es so nichts dran zu rütteln. Das ist einfach so, ja, unabhängig davon, ob es jetzt irgendwelchen Linken gefällt oder nicht. Die Realität ist, wie sie ist. Und was man eben auch ganz klar erkennen muss in diesen kommunistischen Ostimperien, da kochte man halt eben dann auch nur mit Wasser. Das waren eigentlich sehr klassische Imperien. Die haben halt ihr Territorium dann komplett kontrolliert. Niemand durfte sich beschweren. Die Leute mussten arbeiten. Die Regierung hatte alle Fäden in der Hand. Und dann versuchte man eben das Territorium auszuweiten mit allen Methoden, auch mit Krieg. Ganz herkömmlich, ganz klassisch, wie im Mittelalter auch oder wie in der Antike. Die Ostblock-Geheimdienste haben dann bei uns eben versucht, einerseits den Osten schönzureden, die Gulags zu vertuschen nach Möglichkeit, alles irgendwie so hinzubiegen. Und dann verwendeten halt diese Ostblock-Geheimdienste hier auch noch subversive Standardtechniken, die eigentlich nicht sich unterschieden von dieser sogenannten linkenkritischen Theorie. Also das, was die heimischen Linken eigentlich auch gemacht haben. Dieses ständige Maulen an allem. Ja, die Weißen und die Männer. Und der gegen den. Und jeder soll jetzt gegen jeden agitieren und so. Also das heißt, diese klassischen Subversionstechniken hier zum Beispiel vom KGB, das ist einfach aus dem Handbuch raus von den Geheimdiensten. Das heißt, man will einfach nur Ärger schüren hier und so. Und deswegen wurden halt dann diese östlichen Einflüsse dementsprechend hier auch bekämpft. Jetzt gibt es aktuell einen Skandal von, mit und um Elon Musk. Also ihm stinkt jetzt halt diese sogenannte kritische Theorie, die da überall verwendet wird. Hier gerade in Amerika und so. Er hat da die Nase voll. Er hatte jetzt diese Plattform Twitter gekauft. Heißt jetzt X. Und jetzt stimmte er einem Social-Media-Beitrag zu, in dem, Zitat, jüdische Gemeinschaften oder Gruppen beschuldigt werden, genau die Art von dialektischem Hass gegen Weiße zu propagieren, von der sie angeblich wollen, dass die Menschen aufhören, sie gegen sie einzusetzen. Also es ging hauptsächlich um die ADL, die Anti-Defamation League. Das ist halt so eine jüdische Gruppe, die hat eigentlich den Auftrag, halt diese antisemitischen Märchen auszuräumen. Also wirklich diese künstlichen Legenden zu zerstören. Aber wenn ich jetzt halt auf die Webseite der ADL drauf gucke, dann machen die jetzt wirklich keinen guten Job, was das anbetrifft. Also wenn man da jetzt halt sucht nach den Protokollen von Xeon oder halt den Rothschilds und so, da findet man halt wirklich sehr oberflächliche, dünne Beiträge dazu. Also genau der Kern, den man da eigentlich bekämpfen sollte, da könnte man einen viel, viel besseren Job machen. Ich habe da auch meine eigene Forschung dazu gemacht. Es gibt andere Forscher, die dann auch Neues dazu machen. Das heißt, man findet halt mehr und mehr raus, wie halt Staaten da einen großen Einfluss drauf hatten, auf die Verschwörungsmythen und Medien der letzten 200 Jahre. Britannien ganz, ganz vorne mit dabei, bis dann in Geheimdienste. Russland ganz vorne mit dabei, ja, und das schon viel, viel länger. Und erst relativ spät kamen dann halt die Nationalsozialisten in Deutschland und haben das dann nicht übernommen. Zeitweise war ja der Antisemitismus hier, also diese Verschwörungslegenden, das war schon im französischen Frühsozialismus mit drin. Also da kannst du eigentlich richtig viel gutes Zeug machen und eben die Leute dann auch zusammenbringen. Das ist eigentlich eine recht simple Angelegenheit. Das heißt, die ADL könnte eigentlich alle möglichen Leute da draußen zufriedenstellen. Und denen halt sagen, hey, Israel steuert nicht die Welt. Irgendwelche jüdischen Gruppen steuern nicht Amerika. Jüdische Gruppen, Familien oder was, die steuern auch nicht Britannien. Und deswegen sind halt diese jüdischen Leute da auch nicht verantwortlich für das, was halt das US-Imperium macht oder das britische Kolonialreich gemacht hat oder jetzt die moderne Form von Britannien eben treibt. Ja, und dann wäre es halt eben dann viel einfacher, eben dann den Leuten zu sagen, hey, Israel ist halt dieser kleine winzige Staat, umzingelt von einem gigantischen Areal voller Moslems. Und es lohnt sich natürlich für die Moslems auch nicht, sich hier abzurackern hier gegen Israel und sich dann irgendwie in dumme Kämpfe verwickeln zu lassen. Nur weil die Kämpfe halt irgendwie dann gerade den Russen nützen oder halt vielleicht den Amerikanern vielleicht nützen. Ja, ähm, wie halt zum Beispiel der Irakkrieg oder halt der Afghanistan-Krieg. Ja, sondern da müssen halt alle wirklich hier endlich mal schauen, wie die Geschichte wirklich gelaufen ist. Also das heißt, die ADL könnte halt, äh, ADL könnte sich da ganz klar positionieren und wirklich dann halt herausragende Forschung präsentieren. Ja, und könnte halt dann eben an den Moslems sagen, wie es halt eben läuft, ne. Ja, die Moslems müssen sich um ihren eigenen Käse kümmern. Also die komischen Regierungen, die sie da haben, die Fremdsteuerung durch halt, äh, Amis, Briten, Russen und so, ja. Darum, darum sollen sich die Muslime kümmern. Ja, nicht sich da aufregen wegen Israel, ja, oder sich aufregen wegen irgendwelchen Europäern, also irgendwie gewöhnliche Europäer oder Amerikaner, ja. Das bringt den Moslems gar nichts, ja. Ja, und dann könnte die ADL eben, ähm, ja, eben auch ein Mainstream-Publikum ansprechen, ein linkes Publikum ansprechen und man könnte eben auch dann die Konservativen ansprechen und denen halt sagen, hey, passt mal auf, diese Verschwörungsmythen, das macht euch kaputt, ne, das lenkt euch halt völlig ab. Äh, die Konservativen im Westen, die haben jetzt nicht nur das Problem, dass halt diese Linken da überall rumspringen und Stuss erzählen, ähm, sondern es gibt halt eben auch riesige Probleme innerhalb der, ja, gewöhnlichen Eliten da im Westen, ja. Typen, die halt dann eben auch, äh, konservative Schienen bedienen und so weiter oder halt konservativ wirken, ja, ähm, da müssen sich die Konservativen halt drum kümmern und, und halt in ihrem eigenen Laden aufräumen und halt sich selber um neue Lösungen bemühen. Das ist die Aufgabe dann von den Konservativen. Das ist nicht die Aufgabe, da zu obsessieren jetzt über diesen winzigen Staat Israel, ja, und, äh, obsessieren über irgendwelche alten Märchen. Also kann jeder selber hinschauen auf die ADL-Webseite und halt nach diesen Stichworten suchen, Protokolle von Zion zum Beispiel, die Roadshills. Also da gibt es zum Beispiel einen Eintrag über die Protokolle von Zion, der ist so kurz und so oberflächlich, ja, wo man dann halt, ähm, nicht wirklich erzählt, welche superhohen britischen Kreise, ähm, die Protokolle von Zion halt verbreitet hatten. Adelige Kreise vor allem, sehr alte Familien, äh, sehr hohe Kreise. Winston Churchill machte dann Werbung für Nesta Webster. Solche Verschwörungsbücher, ja, und dann gab es eben auch dieses große Täuschungsmanöver hier von den Briten und unter, äh, Winston Churchill. Großes Täuschungsmanöver gegen die Deutschen. Da dachten halt so ein paar elitäre Briten, ja, um die Deutschen zu foppen, ja, dass wir mit denen irgendwas machen wollen. Und dazu bräuchten, müssen wir halt antisemitische Märchen benutzen. Das ist leider die Situation, die sich da ergeben hatte, ne, und diese Entscheidungen da getroffen wurden. Aber man traut sich bei der ADL anscheinend nicht, eben, äh, diese Sachen anzusprechen, die unglaublich wichtig sind zu verstehen. Äh, gibt's auch sehr gute Forschung, wie sich zweifacher Pulitzer-Preisträger, Lou Kilzer, hat drüber geschrieben, über das Täuschungsmanöver, auch, ähm, Professor Carol Quigley, ähm, hat darüber ausführlich geschrieben. Und, ähm, ähm, ja, und dann eben, man umschifft eben dann auch die meisten Leute in Amerika, die halt, ähm, diese Märchen verbreitet hatten. Also man erwähnt halt gerade noch Henry Ford, weil der halt der offensichtlichste war. Aber Ford war ja auch derjenige, der dann Technik verkauft hat in die Sowjetunion. Ja, also, äh, selbst da, äh, gibt's ja Sachen, die jetzt irgendwie, äh, Rechtsextremisten nicht mal wirklich blicken. Also, Rechtsextremisten wähnen sich halt immer schnell in guter Gesellschaft, wenn, wenn halt irgendwelche mächtigen Leute ihnen nach dem Mund zu reden scheinen. Aber hinten rumläuft dann wieder doch was ganz anderes. Äh, und es gab dann halt, äh, sehr einflussreiche Organisationen in Amerika. Also, da waren auch Richtige, die höchste Politik mit drin. Und halt, ähm, äh, andere Industrielle mit drin und so. Bestimmte Verlage und so weiter und so fort. Und die haben halt eben dann diese Verschwörungsmythen der, äh, der Briten eigentlich groß in Amerika halt, äh, verbreitet. Ja, und dann die John Birch Society, Council for National Policy und so, ja. Also, da traut sich die ADL nicht wirklich ran. Wobei, die ADL war, glaube ich, neben dem Southern Poverty Law Center, waren die, glaube ich, die einzigen, die sich, die sich da getraut hatten, was zu bringen über den C&P, den Council for National Policy. Also, damit verwalten die Amerikaner halt so das rechte Spektrum. Mainline, Republican, bis in den Rechtsextremismusbereich mit rein. Und Verschwörungsmedien auch noch. Also, einer der Präsidenten oder ehemaligen Präsidenten vom Council for National Policy, der brachte sogar selber ein klassisches Verschwörungsbuch raus. So sieht's aus, ne? Also, wenn jetzt irgendwelche rechten Aktivisten hier halt dann meinen, sie hätten besonderes Wissen, äh, äh. Ja, oder sie hätten jetzt irgendeinen besonderen Plan. Näh, näh, näh. Das, äh, das ist Quatsch. Ja, das steuern die Amerikaner halt von sich aus. Und viele amerikanische Bücher, also Verschwörungsbücher, gerade von der Birch Society, das wurde ja übersetzt ins Deutsche, oder halt stückchenweise halt dann so eine Compilation dann verarbeitet, in Deutsch rausgebracht. Und das waren dann so die populärsten deutschen Verschwörungsmedien in den 80ern, 90ern. Ja, und dann landete das Zeug im Internet. Also, wer jetzt irgendwie so Verschwörungszeug gefunden hat im Netz, der hat nicht die Wahrheit gefunden im Netz. Leider nein. Ja, es, äh, so einfach ist es halt nicht. Und jetzt, ähm, ja, jetzt gibt es halt eben diese nutzlose Schlacht zwischen Elon Musk und der ADL, weil die ADL halt, äh, leider so komisch übers Ziel hinausschießt und die ADL halt teilweise eben diese linke Technik benutzt, ähm, namens kritische Theorie. Ja, also das ist halt im Prinzip gemeint mit der Kritik hier an diesen jüdischen Gruppen und so und ADL, äh, dass die halt dann so gegen Weiße agitieren und so. Ja, das heißt, viele Leute in Amerika haben die Schnauze voll von dieser linken Technik, äh, kritischen Theorie. Und es ist unverständlich, ja, inakzeptabel, dass die ADL halt mit sowas arbeitet, obwohl die ADL einen ganz anderen Auftrag hat. Ja, die ADL soll doch nicht die ganzen Leute vergraulen hier im Westen, schon gar nicht konservative. Nee, die ADL soll aufklären über schlechte Verschwörungsmythen. Ich meine, es zirkulieren sogar schon richtig dumme Definitionen hier von Rassismus, was Rassismus bedeutet. Ja, Rassismus sei, wenn Weiße irgendwie rumstenkern gegen, äh, Nicht-Weiße. Das sei Rassismus. Ja, aber was ist, wenn Nicht-Weiße agitieren gegen Weiße? Das ist ja eigentlich auch Rassismus. Nee, das sei, das sei irgendwie legitim, weil so gibt es ja die sogenannte kritische Theorie vor. Also wirklich unglaublicher Sturz, der einfach unnötigen Streit auslässt, ne? Also jetzt gibt's ja dann den Skandal mit Elon Musk, jeder fühlt sich im Recht, die großen Werbepartner wollen jetzt halt, äh, Twitter oder Ex-Boykottieren. Jetzt will Elon Musk klagen gegen diverse Medien, die halt dann die Situation auch wieder manipulativ dargestellt haben. Also das ist einfach, ähm, unnötiges sich gegenseitiges Bekriegen. Ja, jeder fühlt sich im Recht, keiner kennt sich da so richtig aus. Äh, jeder sieht überall nur Bestätigung. Ja, und das ist halt eben diese Teile-und-Herrsche-Nummer, die da halt sehr, sehr lange läuft in Amerika. Also es gab ja schon ganz andere Millionäre und Millionäre in der Vergangenheit, die dann assoziiert waren mit dem Council of National Policy und der Birch Society. Dagegen ist ja Elon Musk total harmlos, ne? Also die, die, sich Leute wie Hunt, also dieser Öl-Typ und viele andere. Also da gab's Leute, die waren beteiligt an CIA Black Ops, also an richtigen krassen Operationen hier im Ausland, sich mit, mit, äh, Nicaragua, Iran-Contra und, und Überschneidungen mit diesen Plänen halt, ähm, in Amerika für halt, äh, Notstände. Also da gab's ja so den Plan, ja, dass man halt irgendwie vor allem linke Leute dann halt in Internierungslager steckt, wenn die sich halt aufregen und Aufstände machen in den USA. Äh, nur weil halt die US-Regierung irgendwie eine, äh, halt eine komische Sache macht im Ausland. Also halt irgendwie wieder mal interveniert in Mittelamerika, in Südamerika und wieder irgendeine rechte Diktatur da unten stützt. Ja, und wenn halt eben dann die Linken dann halt einen Aufstand machen hier in Amerika, wollte man sie in die Lager stecken. Also natürlich jetzt nicht in irrsinnigen Nummern zahlen, aber halt schon. Und, äh, da waren eben manche einflussreiche Industrielle beteiligt. Die finanzierten Propaganda, die finanzierten halt auch so Operationen mit und so, gaben ihre Firmen her, um da mitzuhelfen. Das war super krass und dagegen ist Elon Musk wirklich total harmlos. Ähm, erstens das und, ähm, ja, wenn jetzt Leute halt dann gegen Musk so stänkern, wie es halt eben gerade passiert, dann ist halt die Gefahr, dass er sich halt dann immer weiter reinbegibt in fragwürdige, äh, Kreise und Ideen. Ähm, und was haben denn diese viel krasseren Typen in der Vergangenheit gebracht? Diese viel krasseren Industriellen. Haben die jetzt den Sozialismus bezwungen in Amerika? Nein. Äh, sondern es diente halt gerade mal dazu, dieses künstliche Gleichgewicht aufrechtzuerhalten in den USA zwischen links und rechts. Also es war immer fast so 50-50. Aus Zufall? Nee, natürlich nicht. Ja, weil einfach diese Oberschicht in den USA, weil die natürlich Geld reinpumpen kann in linke Kreise, in rechte Kreise und man kann das halt eben, kann diesen künstlichen Konflikt eben steuern, ihn ausgehen lassen, wie man will. Ja, und deswegen langt es halt nicht jetzt zu sagen, juhu, Elon Musk ist ja toll und er rettet uns und bla 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 und wir wählen jetzt einfach nur Republicans und dann wird alles gut. Nee. Wie das ausgeht, das entscheidet halt diese komische Oberschicht und die hat halt bisher einfach nur dieses Gleichgewicht aufrechterhalten. Ja, und so kommen halt die gewöhnlichen Konservativen ihren Zielen auch nicht wirklich näher. Ja, und egal wie hoch Elon Musks Intelligenzquotien sein mag oder wie finanziell erfolgreich er ist, er kennt sich halt noch viel zu wenig aus, um zu navigieren in dem Minenfeld der politischen Ideologien. Du kannst halt einfach diese Bildungsarbeit, die da notwendig ist, einfach so nicht ersetzen. Und der ist viel zu beschäftigt. Ja, also ist ihm bekannt, dass der britische Geheimdienst vor 200 Jahren die moderne Verschwörungsliteratur schuf, um Frankreich zu destabilisieren und zu verschleiern, dass der bayerische Illuminatenorden eine britische Tarnorganisation war. Weiß er, dass als nächstes in Frankreich die Idee einer jüdischen Weltverschwörung popularisiert wurde, um die wirtschaftliche Entwicklung zu bremsen? Wahrscheinlich nicht. Weiß er, dass dann die identischen Ideen in der völkischen Bewegung Deutschlands und Österreichs verbreitet wurden? Wohl kaum. Weiß er, dass Britannien halt das eigene neue fraktionale Bankensystem samt Bondhandel schlechtredete, damit es niemand sofort kopiert? Weiß er, dass im 20. Jahrhundert unter Winston Churchill das breite Täuschungsmanöver gegen die Nationalsozialisten lief, dass sich leider dem Märchen der jüdischen Weltverschwörung bediente? Nein, das weiß Musk sicherlich nicht. Und es ist halt eben dann die Gefahr, dass er dann meint, er befindet sich jetzt in guter Gesellschaft und dann lesen halt einflussreiche Leute in Amerika dieselben alten paar Birch Society Bücher und meinen dann, sie kennen sich aus. Ja, also Juden sind weder die Illuminati, noch erfanden sie Gier, noch erfanden sie Mysterienkulte, noch erfanden Juden das moderne Bankensystem und sie übernahmen auch nicht die Macht über Britannien durch ein simples Kuriersystem und gewöhnliche Kredite. Juden erfanden auch nicht den Sozialismus, sind auch nicht die treibende Kraft dahinter. Der Hochadel infiltrierte linke Bewegungen frühzeitig, um sich die Option offen zu halten, eine verhüllte Leibeigenschaft 2.0 zu schaffen. Ja, also da gab es wirklich einiges an Forschungslücken und ich habe da in den letzten Jahren eben selber dran rumgeforscht. Das ist also richtig eigene Forschung, das ist deutsche Forschung. Das ist nicht einfach irgend so ein ausländisches, abkopiertes Material, was man halt sonst so findet. Ja, also da gibt es viele Leute, die dann so tun, als seien sie Experten, aber sie bedienen sich eigentlich nur Fehlinformationen, die aus dem Ausland kamen und Fehlinformationen, mit denen halt die Absicht hier hinter denen, also dahinter stand die Absicht halt eben dann Deutschland zu destabilisieren oder Frankreich zu destabilisieren. Das Geschichtsverständnis von vielen Leuten in der rechten Szene und das politikwissenschaftliche Verständnis von vielen Leuten in der rechten Szene ist wirklich unglaublich schlecht und das ist genauso schlecht, wie das Verständnis von den Muslimen überschneidet sich in vieler Hinsicht. Die Muslime glauben den gleichen Käse über die Windmühlen von Zion und so und wie halt die Geschichte sich entwickelt hätte und die Imperien sich im Westen entwickelt hätte. Das ist im Prinzip gleich und es gibt auch viele Überschneidungen mit den Linken. Das war ja am Anfang im Frühsozialismus. Hier glaubt er mal den gleichen Mist. Das heißt, das Verständnis ist wirklich gleich schlecht in verschiedenen Lagern und so geht das einfach nicht weiter. Man hat halt eben dann in den verschiedenen Gruppen, da hat man dieses Sektenartige Denken mit eingebaut. Das heißt, du musst den Leuten irgendwie nach dem Mund reden, ansonsten bist du für die der Feind oder halt kein Mensch. Cancel Culture, Cancel, Cancel, Cancel. Bis man halt komplett abgeschottet ist von irgendwelchem relevanten Wissen, bis man abgeschottet ist von irgendwelchen relevanten Personen. So funktioniert das nicht. Also nochmal zurück zu dieser Methodik, dieser linken Methodik namens kritische Theorie. Im Kalten Krieg war klar, dass diese Vorgehensweise für die UdSSR und ihre Geheimdienste nur Mittel zum Zweck war, um den Westen zu destabilisieren. Umgekehrt verboten die Kommunisten natürlich bei sich jedwede kritische Äußerung in der Bevölkerung, egal ob es sich um milde, konstruktive Kritik handelte oder sonst was. Ja, man fürchtet einen Flächenbrand. Ja, also das heißt, du warst dann sofort der große Systemverräter, Volksverräter, Auslandsagent. Also man hat dich dann sofort irgendwie fertig gemacht, wenn du einfach nur Kritik geäußert hast über die Zustände. Jeder westliche Geheimdienstler versteht die Methodik der Subversion. Durch Hetzerei, sondern Land immer weiter destabilisiert werden, bis alle möglichen Gruppen darin miteinander verfeindet sind und es auf einen Bürgerkrieg hinausläuft. Also das findest du in der Fachliteratur, auch die nicht geheime oder nicht mehr geheime Fachliteratur. Handbüchern über Aufstandsführung und Aufstandsbekämpfung. Wer sich damit nicht auskennt, vielleicht einfach mal Fresse halten und lesen und denken. Das ist einfach so. Das heißt nicht, dass du dann jetzt automatisch so ein böser, rechter Verschwörer bist. Wenn du das begriffen hast, sondern so arbeiten im Prinzip alle Geheimdienste. Das ist einfach so eine Standardtechnik. Das läuft in verschiedenen Phasen ab. Das ist einfach so. Die Realität ist einfach so. Sorry. Nicht meine Schuld. Im Westen wurde die kritische Theorie allerdings auch auf kontrollierte Weise eingesetzt. Auf Befehl von oben. Also gleichen Methodiken. Wurde hier im Westen eingesetzt, um die Gesellschaft zu verändern. Also da ging es halt darum, man wollte halt mehr Frauen in die Firmen reinbringen. Man wollte halt familiäre Strukturen auch schwächen. Ja, das waren alles so diverse Ziele. Und um diese Veränderung herbeizuführen, hat man halt diese kritische Theorie verwendet. Hier von oben herab natürlich. Also man hat dann Einrichtungen bezahlt, Gruppen bezahlt, um das dann zu machen. Forscher wie Horkheimer, Adorno und Marcuse wurden bezahlt, um das Konzept weiterzuentwickeln und anzupassen an die Lebensrealitäten des Westens im 20. Jahrhundert. Und das war jetzt nicht alles natürlich nur purer Käse, sondern man hat eben dann hier abgezielt auch verschiedene Sachen in der Bevölkerung. Also dass halt die Frauen halt irgendwie keine richtigen Rechte hatten. Kinder hatten irgendwie keine richtigen Rechte. Minderheiten hatten keine richtigen Rechte. Und man hat dann eben so einen Brei gekocht. Also das heißt, man hat dann legitime Ziele, diese Diskriminierung halt eben dann zu beenden. Man hat diese legitimen Ziele halt dann vermischt mit blödsinnigen Zielen, destruktiven Zielen. Und diesen Brei hat man dann eben serviert. In der Hoffnung, dass da das Zielpublikum nicht unterscheiden kann, was von dem Brei jetzt erleben taugt und was nicht taugt. Und wohlhabende Kreise, wie bereits erwähnt, die haben dann eben auch die Gegenbewegung finanziert, also gegen die kritische Theorie. Und das war halt dann einfach auch total rückständig, was man da gepredigt hat. Hauptsache altmodisch. Und am besten wieder diskriminieren gegen Frauen und wieder diskriminieren gegen Minderheiten. So richtig ungebremst und so. Und dieser rechte Kurs, den hat man so gepusht. Das hat sich bei manchen natürlich erfangen, aber viele waren eben dann dagegen. Es ist ein gesteuerter politischer, gesellschaftlicher Konflikt. Einige dieser linken Wissenschaftler begannen ihr Werk in Deutschland in den 1920er, frühen 1930er Jahren. Dann flüchteten diese Leute in die USA, an die Elite-Unis. Manche kehrten später nach Deutschland zurück, starteten das Institut für Sozialforschung neu, begründeten die sogenannte Frankfurter Schule. Manche prominente Figuren und deren Geldgeber waren jüdisch. Und man hatte halt jenen Leuten erzählt, es ginge hier um Antifaschismus und Maßnahmen gegen Antisemitismus. Da haben die sich dann gedacht, ja okay, das klingt ja toll. Ich meine, es waren schlaue Leute, die haben sicherlich auch gemerkt, dass sie da auch halt eben benutzt werden. Aber anscheinend haben sie sich dann dafür entschieden, halt dann da so mitzumachen. Dem rechten Publikum wurde dann von oben eingeredet, da sei jetzt die jüdische Weltverschwörung am Werk. Ja, ganz, ganz gefährliches Zeug. Das Frankfurter Institut für Sozialforschung wurde finanziert von Felix Weil, ein Mann mit deutsch-jüdisch-argentinischem Hintergrund. 1935 überschrieb Weil der Stiftung des Institutes für Sozialforschung sein Vermögen. Dadurch sicherte er das in Fortbestand als Institut für Social Research nach der Verlegung nach New York. Ob das jetzt wirklich sein Geld war und seine Ideen ist fraglich. Es stecken ja meistens Geheimdienste mit drin. Spät in seinem Leben war er gezwungen, einer gewöhnlichen bezahlten Beschäftigung nachzugehen, hat er sein Geld daraus gegeben, eben zuvor. Aber es war jetzt nicht irgendein Job. Er unterrichtete von 1969 bis 1973 auf der Rammstein Air Base im Rang eines Majors Soldaten der United States Air Force über das Steuerwesen und kommunale Haushaltsfragen, um sie auf das Zivilleben vorzubereiten. Nach seiner Rückkehr in die USA lehrte er Geschichte der Luftfahrt auf der Dover Air Force Base und so weiter. 1930 übernahm Max Horkheimer das Institut. Er verfasste eine fundamentale Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, die er als eine von politischen und ökonomischen Gegensätzen, ideologischen Widersprüchen und sozialen Ungerechtigkeiten zerrissene Gesellschaftsform betrachtete. Und das war jetzt keine akademische Meisterleistung. Ich meine, viele Gesellschaften waren zu lange halt altmodisch und zerfleddert und dann kam plötzlich die moderne Wissenschaft, Industriekapitalismus, neue Kriege und der Erste Weltkrieg. Freilich war das Chaos und hinterließ überall Spuren in der Gesellschaft. Natürlich war das jetzt keine wissenschaftliche Meisterleistung zu sagen, dass es halt einfach ziemlich miese Dynamiken gab in der gewöhnlichen Gesellschaft. Aber welche Lösungsansätze hatte Horkheimer anzubieten, außer sozialistische Luftschlösser? Horkheimer und Adorno veröffentlichten die sogenannte Dialektik der Aufklärung. Nichts als Amateur auf das Gejammer, dass die historische Aufklärung nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt habe. Sie beklagten eine Kultmentalität und eine Mythologisierung der Aufklärung, ohne dass sich wirklich etwas Fundamentales an den Ausbeutungsverhältnissen und Besitzverhältnissen verändert hätte. Aha. Ach nee. Also, dass alle berühmten Dichter, Denker und Musikanten der Aufklärung vom Hochadel bezahlt worden waren, hatten die Sozialisten wohl ebenso wenig in der vollen Bedeutung verstanden, wie den Umstand, dass der Adel auch den Sozialismus infiltriert und kontrolliert hatte. Und letztendlich bauten Horkheimer und Adorno den Sozialistenkult voller Mythologisierung mit auf. Naja, du kannst jetzt nicht die eine Kultmentalität mit der anderen Kultmentalität austreiben. Die beiden Leute trauten dem Menschen an sich nicht, es sei denn, jener Mensch ist sozialistisch eingebunden und indoktriniert. Und diesen Zitat spezifisch abendländischen, auf Selbsterhaltung und Herrschaft abzielenden Rationalitätstypos verfolgen die Autoren bis an den Beginn der Menschheitsgeschichte zurück. Oh, liebe Zeit. Und viel später wurde daraus eben so eine Art linker, anti-weißer Rassismus. Einen ähnlichen Stuss hatten die Rechtsextremisten entworfen, nur galt bei ihnen das Abendland in Kombination mit Kollektivismus als das Maß der Dinge, während die Orientalen und der Individualismus den Verfall und Zerstörungswerk repräsentierten. Die Imperien begannen übrigens in Mesopotamien, also nix mit Abendland. Und dann kopierte eine Imperium das andere. Auch die früheste jüdische Geschichte kam natürlich nicht aus, ohne Selbsterhaltungstrebe, Rationalität und Herrschaft. Und die Kommunisten konnten dann viel, viel später auch keine Lösungen anbieten. Und das Gejammer bringt uns heute auch nichts, wirklich. Der klassische Marxismus preist ja das Proletariat als auserwählte Klasse, um alle Klassen zu beenden. Aber die Linken haben natürlich dann auch kapiert, dass die Proletarier nicht die benötigten Führungsqualitäten besaßen, sondern die Masse müsse halt kontrolliert werden. Diese linken Forscher haben zum Beispiel Folgendes gesagt, wie die Mythen schon Aufklärung vollziehen, so verstrickt Aufklärung mit jedem ihre Schritte tiefer sich in Mythologie. Tja, der Kommunismus wurde natürlich dann zur mythischen Obersekte. Alles wurde mystifiziert. Personen, Ereignisse, Prinzipien. Und es war die elitäre Columbia University, wo das bedeutende Institut für Sozialforschung in den USA geführt wurde. Theodor Adorno durfte an das Merton College in Oxford. Herbert Marcuse diente im amerikanischen Geheimdienst OSS in dessen Forschungs- und Analyseabteilung. Danach arbeitete er für die Nachfolgeinstitution, das Office of Intelligence Research, die dem US-Außenministerium unterstellt war. Für eine weitere OSS, also Geheimdienst-Nachfolgeorganisation, das Committee on World Communism, arbeitete er bis 1951, zeitweise auch als Europasektionsleiter. Nach dem Ausscheiden aus dem Geheimdienst betrieb er weiterhin Studien über den Sowjet-Marxismus an dem Russian Institute der New Yorker Columbia University, einem Prestigeprojekt der Rockefeller-Stiftung. Ausgerechnet die Rockefellers, die Oberkapitalisten, die Dynastie und so weiter. Herbert Marcuse sprach auch von einer linguistischen Therapie, mit der man die Menschen konditionieren sollte. Daher rührt auch heute Gendersprech oder politische Korrektheit, bei der bestimmte Worte tabu gemacht werden sollen oder man ändert die Definition von Worten. Was ist jetzt eine Frau oder was bedeutet jetzt Rassismus und so weiter. Was den Linken in die Hände spielte zeitweise, waren die traditionellen unterdrückerischen Mechanismen, die halt bis ins Mittelalter zurückreichen, wie etwa die Entrechtung von Frauen, Verbote von Spaß, Zensur, Überchristliches hineinregieren in die Privatsphäre und so weiter. Der Pöbel sollte etwas Befreiung erhalten, vor allem im Privatbereich, aber insgesamt sollten die Leute natürlich immer nur kontrolliert werden. Und solche Kommunistenforscher, die waren dann auch beteiligt an der Umerziehung der BAD-Bürger nach dem Krieg. Ja, also man hat das ja eben dann intern verbucht als Antifaschismus. Man wolle halt verhindern, dass halt der Faschismus wieder Fuß fängt und so. Aber ich meine, diese linken Forscher arbeiten dann für sehr elitäre Leute in Amerika. Und diese elitären Leute bezahlten eben dann auch das rechte Spektrum und sogar den Rechtsextremismus. Ja, es ist ein gesteuerter Konflikt. Die Frankfurter Schule befeuerte den Sozialistischen Deutschen Studentenbund, SDS. Bundeskanzler Helmut Schmidt war mal Vorsitzender des SDS, in der britischen Besatzungszone wohlgemerkt. Schmidt hatte das Eiserne Kreuz zweiter Klasse im Krieg bekommen. Und so weiter und so weiter. Also, Elon Musk hat jetzt eigentlich die Gelegenheit, um diese Themenkomplexe so zu kommunizieren, dass verschiedene Leute sich aus den starren Rahmen ihrer Ideologie lösen. Auch die ADL hat so eine Möglichkeit. Viele Gruppen haben da draußen solche Möglichkeiten. Aber bislang lassen die sich alle irgendwie in diese gesteuerten Konflikte verwickeln. Und weder radikaler White Power Nonsens noch kritische Theorie helfen uns weiter. Schlimmstenfalls hat sich Musk leimen lassen von der klassischen Verschwörungsliteratur. Ja, und dann geht alles seinen weiteren gewohnten Gang. Das heißt, die Sachen laufen dann immer so weiter, wie auch in den letzten zig Jahrzehnten. Also, in einem Tweet aus dem Jahr 2018 schrieb irgendwie Musk, wem gehört ihre Meinung nach die Presse? Hallo? Ja, es ist für die Debatte, was hat er damit gemeint? Und jetzt distanzieren sich halt verschiedene Unternehmen von ihm und seiner Plattform. IBM ist erstmal hier auf Eis mit der Werbung und Apple auch. Umgekehrt will jetzt Elon Musk am Montagmorgen, ja, pünktlich, wenn die Gerichte aufhaben, will er dann irgendwie Media Matters verklagen und sich anderen Gruppierungen verklagen, weil die halt Sachen laut ihm halt falsch dargestellt haben, manipulativ dargestellt haben. Ja, also, ja, soll jetzt jeder jeden verklagen, ja, und soll uns das jetzt hier irgendwie groß weiterbringen. Alle möglichen Gruppen da draußen müssen ihr Verständnis deutlich verbessern über die Imperien, wie sie sich entwickelt haben in den letzten 300 Jahren, wer tatsächlich hier was hier gesteuert hat, vor allem geheimdienstlich, ist unglaublich wichtig. Letztens gab es irgendwie so eine Kontroverse bei irgendeiner Pro-Palästina-Demo, glaube ich, in Deutschland war das, wo dann ein jüdischer hier Moderator oder halt Reporter, wo er dann irgendwie so einen Moslem gefragt hat, ja, was soll denn eurer Meinung nach passieren? Und dann kam irgendwie so eine Antwort, ja, es bräuchte irgendwie einen neuen Hitler. Und dann wäre halt gut und dann wäre Ruhe und so. Aber jetzt machen wir mal das Gedankenexperiment. Was wäre denn gewesen, wenn die Nationalsozialisten sich tatsächlich geeinigt hätten mit Britannien und den USA? Das war ja immer der große Wunsch natürlich der NS-Führung. Also, dass halt diese deutschstämmigen Imperien mit halt so, wie sie es nannten, halt in dieser nordischen Abstammung, dass die sich halt irgendwie einig sind. Sie lassen sich gegenseitig in Ruhe. Die Amerikaner haben halt eben da drüben ihr Territorium. Die Briten sind halt weltweit unterwegs mit ihren Koronien und so. Und die NS-Leute, die wollten halt sich dann ausbreiten in halt Zentraleuropa und sich halt dann nach Osten begeben. Und wenn jetzt halt dann die Kämpfe eingestellt worden wären, der Deutschen gegen die Russen, weil man sich dann gedacht hätte, nee, das ist zu verheerend, und das bringt nichts. Ja, was wäre denn dann passiert? Hätten dann die Nazis ihr so einen Deal gemacht mit den Kommunisten, um sich die muslimische Sphäre aufzuteilen? Ja, also dass man halt dann sagt, okay, wir kriegen das, ihr kriegt das. Wir kriegen das Öl und ihr kriegt jenes Öl. Und man versklavt jetzt halt einfach dann diese muslimische Bevölkerung oder vernichtet einen Teil davon oder vielleicht sogar alle, mit biologischen Waffen, die man ja leicht machen konnte, oder mit anderen Waffen. Also das ist halt, die Leute bringen da irgendwelche Slogans und denken da keine drei Meter drüber nach. Dann Leute hier in Deutschland aus dem extremen rechten Spektrum, die meinen dann irgendwie auch, ja, sie bräuchten halt irgendwie so einen neuen Führer und so. Und dann machen sie einfach irgendwie so genau das, wie halt eben das Leute gemacht hatten im Jahr 1923. Also die machen da so eine Machtergreifung irgendwie und dann kommen sie ihren Zielen näher und so, paktieren dann halt mit dem Ausland, also gerade die Russen zeitweise und so. Wir leben im Jahr 2023. 1923, ja, mein erstes Mal hätten diese Leute dann ihr unzählige Feinde, also richtig bitterböse Feinde, ihr auf deutschem Boden, dann generell europaweit. Das heißt, die Franzosen würden dann sagen, nee, das geht mal gar nicht. Die Polen würden sagen, nee, das geht mal gar nicht. Die Italiener, die Briten, die Amerikaner, also das heißt, das ist einfach ein unglaublicher Stuss, der da eben da präsentiert wird. Also das sind Pläne, die sind keine drei Meter weiter gedacht worden. Und man hat diese Sektenmentalität, wenn du nicht irgendwie auf diesem Trip bist, dann bist du der große Volksfeind und dies und jenes und du arbeitest für die Weltverschwörung, bla, bla, bla. Vielleicht haben die Amerikaner auch das Interesse an Deutschland verloren und denken sich dann, ja, dann migrieren halt die gebildetsten Leute hier weg aus Deutschland, gehen nach Amerika. Die großen Konzerne, die sind ja meistens eh schon im Ausland und so, produzieren im Ausland, fürs Ausland. Ja, dann zieht man halt noch die Sahnestücke halt eben ab von der Industrie aus Deutschland. Ja, übrig bleiben dann halt linke Fanatiker, rechte Fanatiker, muslimische Fanatiker, dann irgendwie so Mainstream-Leute und diese ganzen grünen Fanatiker und so. Und ja, dann können die Deutschen da vor sich hinvegetieren oder werden halt übernommen von den Russen. Ja, vielleicht läuft es auf das eben dann hinaus. Das heißt, die Amerikaner müssen jetzt hier gar nichts stehlen, die müssen hier gar nichts irgendwie erobern und gewaltsam mitnehmen, sondern die Leute kommen dann freiwillig nach Amerika und die Industrie geht freiwillig nach Amerika. Und die USA hätten dadurch halt eben dann, die USA hätten dadurch einiges gewonnen. Und zwar vor allem das gewonnen, was die Russen nämlich eigentlich hier wollen. Ja, so die wichtigste Bevölkerung, also gerade so die Ingenieure und halt so so Hightech-Leute. Also die beste Industrie hier, das ist ja eigentlich das, was die Russen hier wollen. Die wollen uns nicht retten, sondern die wollen halt einfach nur hier erobern, besetzen, wichtigste Sachen stellen. Also, meine dringende Empfehlung, mehr bilden, weniger aufregen. Immer sich versuchen reinzudenken in eine andere Gruppe, mehr reinzudenken, was fürchten die, was wünschen die sich, was haben die für ein Weltverständnis und so. Bildung ist da unglaublich wichtig, ansonsten triffst du eh nur falsche Entscheidungen und lässt dich halt dann eben einwickeln von irgendwelchen problematischen Gruppierungen, Geheimdiensten etc. Ich empfehle Ihnen meine Forschung unter shop.recenter.com und finden dort auch einiges natürlich dann für Zivilschorts, für Ihren persönlichen Alltag, für Ihre Vorbereitungen natürlich auf sehr, sehr heikle Zeiten.